handig lehre es beginnt heute geht es ja ich habe gar was gesehen ich nehme die auf wie es bisschen größer knapp drei GB einen video gibt noch eine größere festplatte holen doch erst mal weiter so war ich erzählen hat gesagt ja sie ja nur ein eingang ausgang man sieht nicht viel man sieht wenig und und schüler können wir mitnehmen als chemie labor ist das hier gar nicht nur okay ist nicht viel ist nicht viel aber ist hier auch wozu haben wir sie entschließt sich noch mal hier nicht weiter kurz ein bisschen orientieren da war mal dran das ist hier muss das sein ok jetzt ein kleiner abgrund aber nicht hier schon ein bisschen ungemein groß mein lieber schon ich bin noch nicht den nächsten weg schein gefunden zweite notiz brauchen wir nicht immer mal mit sicher sicher wir sind es ist schuld da kommen wir mitnehmen vier was immer sich auf der anderen seite befindet das ist dort bleibt zwei man sie rana man die linke war es tal säbelzahntiger feld ok damit ich bin noch nicht so oft getroffen ein säbelzahntiger ein säbelzahntiger kann ja mehr rum ok ich blüte mit groß hier ich blüte die gibt es nach einer abkürzung hier raus nehmen wir mal mit ja ich bin einfach fantastisch ich kann davon aus weiter runter gehen so spiralförmig mäßig hier in der höhle bisschen komisch oder das höhlenkirche doch tiger reiß zahlen tal re wird kümmern warum nicht fälle kann man mitnehmen noch eine fackel ein bisschen mehr ich weiß immer noch nicht wo ich jetzt hin muss kommen wir doch hier noch die hirsch und sich hier wieder hoch hier waren wir vorher nicht ich glaube da oben befindet sich noch ein weg schreien gehen wir weiter was ist los prilat die danis willkommen initiat dies ist der wegschrein der erleuchtung seid ihr bereit die mantren von aurel zu ehren und seine erleuchtung zu empfangen lassen wir rüberwachsen dann empfangt aurels geschenk mein kind möge es euren weg erhellen während ihr ruhe im allerheiligsten sucht äh ok geht mal hoch da ach du scheiße die meinen ersten erst mal gefunden von 5 ach du kacken die ewigkeiten bezahlt vergessen die haben strom bezahlt jetzt alles so groß hier sind wir schon mal hell aber keine fackel oder sowas schon mal rausholen äh machen wir so machen äh heilung ich freue mich auf das kommt man weiß es ja nicht viele pfeile oben ok lichtblüte es geht hoch hinaus bis zum gipfel der welt und noch weit noch viel viel weiter was ist das da für ein zeichen kündig vergessen ist handelt ok es ist unglaublich es ist wie eine ganz andere ich würde nicht runterspringen wo in diesem tal sein dann müssen wir hier oben man weiß ja nie das um so versteckt ist schon mal nix ja da kommt weiter ja ist hier oben nix mehr doch das passt konnte man damit weil sie mir diese komischen blüten hier silbererz Hier brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Was wäre denn geh ich nach? Kann ich glaube jetzt runter gehen, ne? Ach, ein, fahren wir, ja. Hallo. Äh. Glühstaub. Ja, warum nicht? Granatstein, Zwergenöl. Hab ich ja schon voll eigentlich. Egal, kann man vielleicht noch weiterverarbeiten, für was alles noch gebrauchen. Wo sind denn diese Pfeile da? Komm, hüpf hoch da! Weiter, 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 essenshaltig. Wer will nicht höher? Komm, Mädel, weiter, geht doch. Was soll eine Pfeile da sein? Ich muss jetzt mal gerne wissen. Und jetzt ist das vielleicht der Bogen schon. Müssen wir es an anderen Stellen abklappern wegen dem Wasser. Ist das da oben noch einer dieser Wegschreine? Ich frage mich, wo er hinführt. Okay. Ja, bin ich, ja. Ja, so, gib Gas. Gib Gas, lieber Michael. Seid ihr bereit, die Wandring von Aurel zu ehren und seine Erleuchtung zu empfangen? Ah, okay. So, am zweiten auch fertig. Äh, meine Kunden haben hier die Zeit geachtet. Kurz, kleinen Moment. Äh, komm, wachen wir ruhig mal ein bisschen. Äh, du gehst mir weg. Schwarzfeldpassage. Guck mal rein. Hm? Ah. So, machen wir noch ein bisschen. Das ging jetzt da ziemlich flott. Machen wir mal weiter. Äh, weg, weg, weg. Was hat man hier? Ob der Erz? Erz, 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 Erz? Nö, nö, nö. Äh. Äh. Auch nix. Nur noch für den Felsen. Ach, hier waren wir schon. Ja. Und wer härter ist als ich, der ist ein Felsen. Okay. Müssen wir auch in den Schwarzfallpassage, müssen wir noch rein. Ich bin doch gerade durchgegangen oder nicht. Hä? Ach so, zwei Ausgänge. Schreien der Vision. Vergessen ist Tal. Äh. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ähm. Bruno Simmels. Ja, okay. Ja, 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 ja. Ich bin ein bisschen schreiende Visionen, ne? Äh. Sieht gut aus, oder? Ich würde sagen, dass du mir viel mehr erfahren wir in der nächsten Folge von Skyrim. Bis dahin. Schön mit. Tschüss.